Die sind doch Vampirbrot. Oh oh. I can celebrate by drinking them dry Cazador promised you your freedom and you believed him you were never burdened with intelligence Petras but your load seems especially light these days a star Ian yeah I know like a brother doll didn't you miss me why would you come back you got out you were free wir haben da was zu klären Ich lass das da und es machen Nein nicht wirklich. Du warst immer ein Idiot Petras. Nein! Ähm. What the fuck? Woher ist er hiding? Sag mir! Bruder! Bitte! Geeeze! Ah, er hält ihn in die Sonne. Dürfte ich einen streiten? Nastarion hört auf. Das halte ich nämlich für unschön. Wenn er Spuren hinterlässt, fallen wir in Zweifel mehr auf. Das ist ein Problem. Hä? Es wär jetzt blöd, wenn er ihn... ... platt macht einmal noch. Ach, naja. Kann ihn wohl nicht überzeugen, damit aufzuhören. Kann ihn wohl nicht überzeugen, damit aufzuhören. Kann ihn wohl nicht überzeugen, damit aufzuhören. Du möchtest nicht aufzuhören, Bruder. Das ist warum du nicht mit dem Rest unschönst. Ha. Schöne Folle. Sie denken eigentlich, dass die Kassel sie beschädigen. Ich bin froh, dass ihr sie verschont habt. Sie werden ihn vor uns warnen. Und sie werden schmerzen und Angst, wenn sie uns erzählen. Sie sind keine Gefahr zu uns. Und sie haben keine Wahl, aber zu tun... ...Cazador's Bidding. Ich pittiere sie. Wordest du das teilen? Müssen wir einen Check halten. Sie sind verletzt. Die einzige Frage ist, ob ihre Leben für ein Monster wie Cazador... ... oder... 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 ... ist doch wurscht. Warum läuft... ... läuft ihr nicht einfach weg? Also da... ... für Eu... ... uns? Für Euch meint ihr. Weil hier macht ihr mir mehr Angst als das Älteste gehören. Weil hier macht ihr mir mehr Angst als 3 Elemente. Aber es gibt nichts, was man Angst hat. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team, nicht wahr? Du bist noch mit mir? Ich bin halt nicht dafür, die anderen zu opfern. Für ein bisschen Power, ein bisschen Macht. Ich weiß nicht, wie wir da eine Falle tappen. Doch, mit Sicherheit. Jetzt weiß ich gar nicht, weswegen ich hier sein wollte, ne? Wir gehen mal in den Rundenmodus, damit hier nicht ständig jemand reinrennt. Während wir hier Dinge tun. Und hier ist eh nichts drin. Dann können wir auch aus dem Rundenmodus wieder rausgehen. Damit wir jetzt hier alles knacken müssen. Für ein bisschen Minimalgold. Oh, aber hier geht's hoch. Da wollte ich hin. Freigäusch Klitsche. Oh. Blutbefleckte Nachricht. Wahrnehmung, fehlgeschlagen. Könnte mal ein bisschen herkommen. Da, Palabella. Sonst hat jemand etwas Blut geschlagen. Ich merke, ein Blut hat auf dem wunderschönen Blut geschlagen. Versuchen, den Ursprung des Bluts zu finden. Klomp. Nice. Okay. Den Körper hervorschien. Was kann ich mit der machen? Nicht so schlecht, wie ich es hätte. Fionts Schlüssel. Ich weiß, dass es die Klappe ist. Es ist identisch zu dem, was von dem Körper in den Tunneln erhoben ist. Let's geht mit der. Hey, du nochmal mit der, bitte. Wir können uns vielleicht noch ein paar Details sagen. Wo sind wir hier? Wie seid ihr gestorben? Oh shit. Wer ist euer Sohn? Warum hat euch euer Sohn getötet? Sein secret. Mein süßes Junge. Warum? Was ist das? Was war das Geheimnis eures Sohnes? Er hat die Menschen zählte. Er hat es lieb. Wer war das nächste Ziel eures Sohnes? Du hast ein Tempel? Ich glaube, wer ist Werder? Exakt. Er hat vielleicht mal einen Namen. Goldman. Weiß du gar nicht, wer sie ist, ne? Fiona Goldman. Sie ist noch alive. Also das ist ein Prozess. Blutbefleckte Nachricht. Zwei Hände. Jetzt zwei Hände. Zwei mehr sind nötig. Nicht genug. Muss mich mit Ruhm bedecken. Um mit Blut bedeckt zu sein. Mehr. Wasser, Karaffe, Beutel. Ist ja gar nix. Uh. Schrifttreue, Äußerlichkeiten. Seelenmünzen an Abhandlungen. Diese Forschung wurde unabhängig finanziert. Und dann werden es durchgeführt. Die ersten Ebene der Neuen Höllen. Die Gefangennahme Sterbliche Seelen wird von Kerzenbogen weder propagiert noch unterstützt. Die Seelenmünze ist von gnadenloser Einfachheit die Summe aller persönlichen und magischen Essenz. Die Seele wird in ein geprägtes Stück Hölleneisen geprägt und von Teufeln, deren Kurten es werden genutzt. Die Seelenmünze wechseln häufig den Besitzer, denn man kann mit ihnen Sölden und magische Gegenstände kaufen und sie sogar nutzen, um die eigenartigen Gerätschaften in der Hölle anzutreiben. Allerdings umgibt die Seelenmünze auch eine faszinierende Kultur. Ich habe mit einer Teufelin gesprochen, die angab, eine Münze zu besitzen, die sie niemals verkaufen werde, denn sie sei der Handel, der sie über den Status eines Lemuren erhoben habe. Sie brachte mich mit einem Halbhexenmeiß in Verbindung, der versprochen hatte, eine Seelen nach seinem Tod für eine Münze bereitzustellen. Ich konnte den Vertrag einsehen, der unten angefügt ist. Ich bin selbstverständlich in der Hochkommission vertragen, in der italienischen Sprache mit Kopfschmerzen induzierenden Anzahl an Fußnoten. Okay. Stück Käse aus Tiefwasser. Nice. Flaschenregal, Blutbank. Ein Wein, Regal. Zutaten, Flaschenregal. Schrank, Schrank, Reisetruhe. Das ist alles was für Astarion. Scharlachrote Lederrüsten, Rüstungsklasse, du hast einen bonusprozenten für Heimlichkeitswürfe. Das brauchen wir, glaube ich, eigentlich nicht. Tempelpläne. Diese Tunnel waren voll von Schaupshifters. Vater Logans Name ist hier auch geschrieben. Blutbeflecktes Pergament. Seit der tiefroten und bräunigen Spitze ziehen dieses Pergament, wer sich dem Tribunal des Mordgottes stellen und den Tempel des Baal betreten will, muss die Ziele auf diese Liste töten und die Morde des Kultes als Duden anhängen. Bringt die Hand der Opfer als Beweis für ihren Tod mit. Schreitet im Blutaspirant. Stellen wir den Phallologen. Snibbles der Nahe, Alexander Regenwald, Frank Burnham, Korak Hochbeer, Großes Wohnhaus und weiter Gazette Baldurs Tor. Korak Hochbeer. Fagerleut. Großes Wohnhaus und der Gazette, der Gazette, der Gazette Baldurs Ohr. Mh-hmm. Mh. Nimm du mal die Verkleidungsausrüstung mit. Still breathing. Despite everything. Komme ich raus, beziehungsweise komme ich aufs Dach. Hopp. Mehr oder weniger. Noll. What is happening? Ich will nur da rüberhüpfen. Danke. Können auch höher rüberhüpfen. Wie viel weiter kann ich gehen? Wir können auch super weit gehen. Ich kann nicht so schön hoch springen. Jetzt, wo ich auch Fallschaden im Mond bin, ist das ziemlich lustig. Und dass halt alle anderen nicht mitkommen. Ach du Scheibengleis, du hast ja komplett verkackt. Was macht jetzt mein Hauptcharakter? Sprich einfach rüber. Kannst du einfach da hinhüpfen. So, was haben wir jetzt hier alles bekommen? Beeindruckend. Tötet um Zugang zum Mondtribunal der Baalisten. Wir haben eine Liste von Leuten gefunden, die getötet werden sollen. Wenn wir zwei diese Ziele umbringen und das Beweis in abgetrennter Hand vorlegen, können wir von dem Mondtribunal bestehen und den Tempel des Baals betreten. Frau Doggenheim steht auf der Liste von Zielen, die wir gefunden haben. Der Mond an ihm scheint ein Test für Kutisten zu sein. Wenn sie bestanden haben, können sie den Tempel des Baals betreten. Und wir sollten Ermittlerin Valerias die Liste zeigen. Dann muss ich die Liste aber auch mitnehmen. Wenn ich ihr die Liste zeigen soll. Das war das, oder? Ja. Aufheben. Ermittlerin Valerias. So, das war hier das, das ist nach oben gekommen, ja, ne? Ist noch irgendwas drin? Uh, gibt die Gold. Gehen wir doch mit. Das läppert sich zusammen. Wollt ich mich überladen. Shit. Wir können hier wieder, hätten wir wieder teilen können. Wir können das mal Astarion geben hier. Das können wir auch Astarion geben. Und das sind, glaube ich, die ganzen Essenssachen, die wir wieder mal ins Lager schicken können. Würde ich behaupten. Stapel teilen. Ähm, Schattenherz. Ich hoffe, dass du lang genug bei uns bleibst. Krieglosmacher. Personen festhalten. Der kann, oh, der kann Personen festhalten, Carsten. Yo. Acht bis elf, acht bis vierzehn. Ist aber schlechter. Sechs bis drei. Drei bis sechs, meine ich natürlich. Aber das zaubern zu können, da wäre mal eine Rüstungsklasse weniger. Aber Personen festhalten können schon ziemlich geil sein. Drei bis neun, acht bis elf. Ich vermute, ich will trotzdem den Zauberstab beibehalten. Ups. Wo ist denn eigentlich? Kratzerlein. Ist die Tür schon geöffnet? Offensichtlich nicht. No one back home will ever believe this. No one back home will ever believe this. Hallo. Hallo, Arbeiter. Und das ist jetzt nicht so gut. Ähm. Der fuck? Kratzer, wo bist du denn hängen geblieben? Ähm. Ja, dann halt ohne Kratzer. Hinter mit einem Abenteurer. Warum lassen sie euch denn nicht rein? Bredzgott hat ein bisschen schweig über eine Koronation. Können wir wirklich nicht mehr machen, oder eine Kratzer. Hm. Kommt nach Belder's Gate, er sagte er. Sprecherinnen werden willkommen als Heroin, er sagte er. Das Toxie Trin in seinen Bläden-Oceanen. Okay, das ist nicht so schwer. Hm. Kennen wir dich? Okay. Was ist denn euer Geschäft? Zeig mal her. Hm. Relativ unspannend. Aber wir können dir ein bisschen Sachen verkaufen. Wie wäre denn der Deal? Wie wäre denn der Deal, wenn wir denn ein bisschen Sachen verkaufen? Tote beleben zum Beispiel. Haben wir noch nie benutzt. Chromatische Kugel. Brauchen wir auch nicht. Donnerwurge behalte ich mal noch. Senk der Strahle. Person bezaubern. Das ist der Übelkeitsstrahl. Den haben wir schon. Brennende Hände. Feuerfeil brauchen wir auch nicht. Knochenkälte brauchen wir nicht. Schmieren brauchen wir nicht. Schwäche Strahle. Selbstverkleidung können wir sowieso. Nochmal Strahle Übelkeit. Das Lachen. Toten sprechen können wir. Haben wir ein Amulett für. Personen festhalten. Dunkelsicht. Haben wir jetzt mal anders geklärt. Vergrößern. Unsichtbarkeit. Blindheit. Und eine Schriftholen. Nebelschritt. Noxys. Myxodokie. Mutter von Halblingen. Zehn Münze. Eine Abhandlung. Können wir glaube ich ein paar wegschmeißen. Denke ich. Hat auf jeden Fall richtig viel Kohle, die Dame. Gibt uns mal ein bisschen was von der Kohle. Giftzahn. Schlangentoxin. Dankeschön. Sehr nett, die Dame. Sehr nett. Kriecherschleim. Das brauchen wir nicht. Wenn wir die geheime Putte, dachte ich, hast du an? Ein Schatten gehüllt. Schatten von Vensuruban. Während du verschleiert bist, benutzt du für einen kritischen Treffer beim Eingriff. Das wäre sogar gar nicht so gut. Das wäre sogar gar nicht so gut. Gewehrtresistenz gegen nekrotischen Schaden. 18, 19. Pulpritzhammer, brauchen wir glaube ich alles nicht mehr. Leichenschleifer, 9 bis 22, ist aber Zweihandhammer. Nehmen wir aber hier tendenziell nicht, dann wäre das eher was für Karlach, wenn dann. Dunkle Justizian, Plattenpanzer, das wäre glaube ich ziemlich passend für sie. Wollen wir aber tendenziell nicht benutzen, weil wir haben ja jetzt auch ein Plus 3 Heldschild, ne. Umarmung des Vollstreckers, Moment, das ist nicht angezogen, heulender Toten. Aktiviert, kannst du nicht gegen den Willen durch einen Zauber oder Aktion bewegt werden, bist du wieder ungeschickt, dich an uns über ein Nachteil. Hm. 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 Catholic Thorms Tagebücher, Sionitisches Gebetsbuch. Können wir noch ein Sioniten-Amulet loswerden, jetzt ist es ja nicht mehr schlimm, dass sie das hat. Ähm. Okay, jetzt haben wir hier eine Händlerin gefunden. Was geht denn bei dir ab? Wofür? Du scheinst sehr nervös zu sein, mein Freund. Hier und hat er einen Sohn, seit ihr euch je begegnet. Ich habe oben den Leichnam eines Zwergs entdeckt, was wisst ihr darüber? Ich suche einen Mörder, einen Zwerg, rot gekleidet, genau wie ihr. Ja. Wie schreitst du dich, als ein süßes Zwerg wie ich, als ein Dwarf zu sein? Ich hätte gedacht, dass du deinen eigenen Karten wusstest. Ich bin ein Halfling. Du Oaf? Okay, das war doch nicht lustig. Es ist du, aber definitiv nicht jemand anderes. Salüter und so weiter. ich bin ganz gewiss ich habe jemand anderes erwartet oben in der lärchen des zwergs entdeckt oh dear it's worth you say film one of man's hell girls from the rest is caress been gone for a 10 day smile does why does the white but twice the sunny you don't suppose the merger oh goodness no it's too horrible to imagine was hat denn der mörder was heißt jetzt naja moment mal moment mal nicht hier abstauchen du bist nicht sehr hilfreich sind wir mal ehrlich grob geschnittener schinken hallo oh das wäre aber nett was habt ihr das habt ihr viel spaß damit ich bin mir nicht ganz sicher was der koch damit macht aber er wird schon eure verwendung empfinden ziemlich sicher 7 bis 19 der hat einen echt krassen minimalwert ach weil er plus 5 hat halt und dann noch psychisch macht aber wenn ich habe 8 bis 20 vergiss es ich bin gerade bei 3 bis 20 habe ich mich irgendwie vertan ja okay du bist einfach jemand der der ersten sachen kauft sprechen sollte ich ja wahrscheinlich nicht einfach irgendwelche sachen öffnen das werdet ihr bestimmt blöd finden ähm ist das wo ich hin wollte ja hallo Ich weiß, wo ich gelandet bin, aber das war ein Missjudge. Ich meine, weiter neben. Nein. Nein. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich habe den Drow-Hastesten da, das wird sie morgen wieder da sein. Äh, wir haben sie gefunden. Hier braucht Hilfe, lass mich helfen, Fion zu suchen. Für Service ist mein Gebet, nicht zu beurteilen. Aber ich wäre ein Fuss, zu sagen, nein. Die Frau hat meine Koffer nahe, überflogen. Zwei Flugzeuge, dann rauf und rauf und rauf. Das ist Fionns Leibhaus, Elminster's Libel. Soll man vielleicht mal Gail mitnehmen, wa? Ich bin listening. Ähm. Ich glaube, ich brauche Schattenherz kurz nicht. Wir nehmen mal Schattenherz raus. Und nehmen dafür Gail rein. Würde ich sagen, wenn wir jetzt zu Elminster's Bibliothek zurück... Oh, hallo. Du willst mit mir reden? Was gehen ab? Männer, Frauen, Kinder, alle abgeholt von Entry. Eine verdammte Travestie. Eine Jahrzehnte vor dem Baldur's Gate hätte jeder und jeder, die zufrieden haben. Wer würde diese Seelen, wenn nicht die Jewel von Baldurin? Ja. So ist das, wenn sie Sachen ändern. Ähm, vielleicht lässt die Führung mit sich reden. Mich schade, Baldur's Tor hat eine verantwortung im Bürchen gehör. Die Flüchtlinge können an einem anderen Ort gehen, in eine Stadt, die in Krise steckt. Als ich Baldur's Tor verlassen habe, war es als Schreizflucht. Da muss Gortash dahinter stecken. Als Gortash ist in charge, sie werden schweig bei den Garten. Alles aus dem Plan, natürlich. Step 1, creier eine Armee und es um sie auf die Stadt. Step 2, shut die Garten in nennen der Sicherheit. Step 3, bask in die Applaus. hmmm hmmm er wurde anscheinend ermordet, kanntet ihr sie das gefühl den sollten wir mitnehmen, weil der auch balduri ist Fist's honor, one lurk and I was smitten chestnut hair that flowed behind her like willow fronds as she floated from one room to the next as if carried by clouds the second time Stelmane was different even with the aid of a cane, each step she took was a struggle every word she spoke took great physical effort, a stroke victim, I asked father later no, he said a stroke survivor hmmm fast in stelmane was no less worthy of life or success because she was disabled her death is no blessing it is a calculated cruelty think about it my father was tadpolled stelmane is dead the people are frightened and the council's in disarray to exert control he must first sow chaos a tyrant strategy as father would say these murders aren't random acts someone powerful is guiding the killers hand and the city is weaker for it some as as mel as Ups, jetzt hab ich einmal zu weit gedrückt, glaub ich. Moment. Bitte werde ich wieder sehr, sich für die Monsterinnen von allen, die sind stärker gehalten. Achso. Ähm. Halt. Die Sachen brauch ich, glaub ich, alle nicht. Kann ich darüber tun. Schlüsselbund ist eh nix drin. Das können wir ans Lager senden. Können wir noch mir geben. Ähm, hat er noch irgendwelche Ausrüstungen? Rüstungsklasse hat sozusagen, wie du da auch so ein Schild trägst. Das ist nicht richtig. Das könnte vielleicht spannend sein für Will. Langebogen, Kurzbogen üben, deine Fernkörper bewirken zwei Schaden, Rüstungsklasse, Heimlichkeit. Zurückziehen, in den Schatten gehüllt. Ähm, Astarion, ich will euch mal kurz... Ähm, geteiltes Verstecker, Schlüsselbund ist da drin genommen. Ja, okay, ein Alchemie-Board. Das passiert jetzt automatisch. Ähm, kommt du mal in meine Gruppe. Nach ewigen Zeiten. Die bin auch an den Lebenspunkten. Ähm. Und wir werden wahrscheinlich Schattenherz. Moment, war ein Schattenherz. Verblind? Wo ist die denn? Da ist Kalloch. Ähm. Ha? Bin ich gerade... Bin wirklich bestimmt blind, oder? Ich muss doch... Ich bin so blind. Ähm. Achso, und wir müssen natürlich auch entsprechend die Sachen umpositionieren. Gibst mir mal das. Können wir uns das mal hier rüberpacken. Mal so wie das. Das kannst du Ups nehmen. So, ähm. So, Laiselle bleibt loyal zu ihrer Königin. Sie ist konsistent. Ich gebe ihr das. Dann müssen wir da, wo wir gehen müssen. Meine Eltern sind da irgendwo. Müssen wir dran denken, sie wieder zurückzuholen, wenn wir da reingehen in das Haus der Trauer. Sind wir da rein? Sind wir da reingehen in das Haus der Trauer? Hm. Ähm. Ich suche euch hier, wenn ich euch wieder... Ja. Ja. Ja, ja, geteiltes Versteck und wir wollten Gail mitnehmen. Ja, so traurige. Ja, so traurige. Giftversprühen. Einfallversion, Magiehahnfreunde, Knochenkälte. Ja, Nebelschritt, Talent. Ich glaube, leichtgröße ist das schon. Bei einem Angriffsschiff im Zaun benötigst du ein Auge weniger, dieser Effekt kann sich addieren. Zieh genauer Zauberschütze und werden lernen einen Zaubertrick. Die werden Kältestrahlen. Achso, er hat die Paktwaffe normalerweise drin. So, Zauber, Feuerball. Let's go, Feuerball. Eine Maske, vielen Gesichter, teuflische Tatkraft, mit Schattenverschmerzen, zurückdrängender Strahl, Schutz vor Gut und Böse, höllischer Tadel, Verwünschen, rascher Rückzug und, achso, ne, Quatsch, das ist ja was wir reinmachen. Stinkende Wolke, der kann andere Sachen als ich. Brennende Hände, Rüstung, so, Zauber, Unterklassenmerkmal, Hexenmeiß, schickst du das dunkle Meister auf deinen Schutzpatron an und schickst du zu Ende und ein anderes Bus für einen W10 hinzuzufügen. Okay, bei einem Attributswurf. Brennende Hände. Arme von Hadar. Haben leider ein paar Level-Ups jetzt zu tun mit dem, wenn wir den Menschen doch mitnehmen. Schauerlich anrufen, Passivwetter halten, Zauber, Stufe 4, Plage, Feuerwand, Feuer, Schild. Mein Nackereingriffen zurückschlagen. Schauerlich anrufen, Bode der uralten Geheimnisse, Strahle Übelkeit, Kommandische Kugel, Stille, kannst du eine Konangara einfach so. Schatten verschmetter, fürchte dieses Wurt. Verwandlung, Versumpfen lassen, Zeichen des schlechten Ohms, Rüstung der Schatten, Tiersprache. Heuerlich an Überzeugen geübt. Mit den Schatten, wo wir mal haben, Buch der uralten Geheimnisse bei ihm auch. So, Zauber, Klage, Verbannung, Missionstür, Talent. Der würde ich ja mal sagen Attribut und wir nehmen Karesma Plus und Geschicklichkeit Plus, I guess. Für die extra Rüstungsplasse. Kältekegel, da sehe ich uns. Gegebenes kann Sexmaster wird das Elementar beschwören. Anderwertlicher Sprung. Sprung verbessern, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Grabes Geflüst, keine Todesprechung, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Bleispültaue, Dieb der 5 Schicksal. Der hat andere Optionen. Das könnte aber an seinem Patronen liegen. Habe ich so das Gefühl. Oh, jetzt machen wir direkt den Magier weiter. Schwachen Elementarbeschwören. Evas schwarze Tage war richtig beschissen. Mächtige Unsichtbarkeit. Eisturm. Hört sich gut an. As-Otikul-Luke. Unführende Sphäre. Schließe ein Ziel in eine Sphäre aus schimmernder Macht ein, der seine Bewegungsrate halbiert und jeden aus- oder eingehenden Schaden blockiert. Ah, das ist ein CC und ein Schutz im Zweifel. Zauber. Tödliches Phantom. Blümsten Albtrollen. Hört sich eigentlich auch ganz geil an. Steinhaut. Verwandlung. Du hast ein paar mehr davon. Ähm. So. Kampferproble Zauberwürker. Du kannst deine Reaktion verwenden, um Schock... Achso, du hast auch noch... Ne, du musst nochmal hier Int auf 20 bringen. Wenn du deinen Zauber besser triffst. Wenn du Intelligenzwürfe und sowas richtig hinkriegst. Stufe 5 Todeswolke. 5 bis 40 pro Zug. Du kannst die Position der Wolke in jedem Zug ändern. Kälte. Kegel. Elementalbeschwörn. Personen beherrschen. Monster festhalten. Personen beherrschen. Ebelwolke. Schutz für Gut und Böse. Schwäche. Strahl. Unsichtbarer Sinn. Unsichtbarer Sinn hat er. Okay. Flammtesphäre. Gegenzauber. Vertrauten finden. Strahl der Übelkeit. Echsenpfeil. Blitz. Ebelschritt. Donderwurge. Senkender Strahl. Die beiden hätte ich gern. Das hätte ich gern. Das hätte ich auf jeden Fall gern. Und das wahrscheinlich noch. Gegenzauber. Das haben wir von allen ein bisschen was. Und ein Nekomantie Zaubertrick, der nicht vorbereitet ist. Knochenkälte. Findere bis zum nächsten Mal zu, dass sich das Ziel heilt. Ne. Ich glaube ich würde es verlassen. Dann haben wir erstmal die Upgrades gemacht. Sortieren wir alles nach Typ. Kriegst du erstmal das rüber, damit du auch einen Tränklern hast. Haben wir irgendwo noch eine Distanzwaffe im Zweifel? Ich glaube wir haben keine Distanzwaffen mehr für die Leute. Okay. Wir haben ja noch Wasser dabei. Du hast das. Ähm. Seek und du sollst mich finden. Held plus 3 Heimlichkeitswürfe. Schwer, Rüsten ist aber nicht geübt. Inspiration. Fliegen, wenn wir nur eine Sport- oder nicht. Aktion nur 3 Blitz-Lattung. Athletisch plus 1. Genau. Ist besser als nix haben. Schattenkling. Illusionszauber 200 Gradis. Umgang damit ist nicht geübt. Feuer schadet durch eine andere Kreatur. Da zählst du zwei Züge dann Hitze. Das heißt nix. Ich hatte doch jede Menge Ausrüstung noch. Irgendwann ist ein Träger erlaubt. Ein Zauberschützendes Band von Dekatur zu halten. Die anderen Träger trägt. Wir sind gegen einen Bezaubert im Vorteil. Illusionszauber. Unsichtbarkeit. Elemente absorbieren. Element absorbieren. Mentale Erschöpfung kann man ihm geben. Du erhältst eine Rüstungsweise während du von Schatten verschleiert bist. Von Schatten verschleiert haben wir selten. Verändernden Körper. Unsichtbarkeit. Verschwimmen. Gestaltwandler. Gewaltiger Sprung, wenn du weiter springen kannst. Das ist ein bisschen Schaden. Wenn du ankommst mit meiner Waffe an den Zustand bewegst. Der Träger kann sie schärfer. Deine Waffenlosen Angriffe. Zustimmung. Ja. Pro langer Rast. Keine Träger. Keine Träger. Geben. 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 Eis, Messer, Beschwungsdauer des ersten Grades. Das ist vielleicht besser als das mit dem Feuerschaden. Tierfreundschaft, tanzende Lichter. So richtige Ausrüstung, so richtig gute habe ich aber gar nicht mehr, sehe ich gerade, wenn er bedroht ist. Du hast ein Schwert, ne? Vier bis vierzehn, bist du mit Schilden geübt? Bist du mit Schilden? Wir hatten doch hier vorher noch Schilde irgendwo rumliegen. Blöd? Da. Du kannst Schilde benutzen. Na dann. Dann nimm doch das Schild. Wenn du damit geübt bist. Ähm. Frage ist jetzt, ich bräuchte für euch beide eigentlich noch ein bisschen Körperrüstung und sowas. Sag mal bitte, Mr. Ja, warum nicht? Arcan-Erholung-Ladungen. Drip. Das sollte mir übrigens auch mal Kalach geben. Ach du Scheiße, haben hier noch viel Shit rumliegen. Ähm. Was hast denn du eigentlich für einen? Kannst segnen. Ich würde ja sagen, du kriegst hier nen Special. Ähm. Schadenwürfe ist zuwertig. Ich würde ja keine Sinnessschärfe. Wucht. Mhm. Rettungswürfe. Loviathas Geist. Oh, hier haben wir noch nen. Stimmt, wir haben hier noch Sachen. Guck mal hier. Belöst. Ähm. Nicht geübten Umgang mit Fernkampfwaffen. Dann nicht. Ähm. Forums-Zaubertrick. Drei Züge langen Wucht. Extra Kälteschaden. Extra Kälteschaden. Extra Kälteschaden hört sich gut an. Extra Kälteschaden hört sich gut an. Blitzstrahl. Etwa als schwarze Zentage. Blitzstrahl. Typ sortiert. Hier haben wir noch nen Schimpfgroßschwert. Das ist nicht das, was ich meinte. Du hast keinen Umhang. Ich glaube, ich habe auch keinen Umhang mehr. Und das ist ne schwere Rüstung. Ist das ne Kleidung? Geht Resistenz gegen Kälteschaden. Sieht ein bisschen anders aus. Damit sieht er ein bisschen edler aus, der gute Mann. Achso. Ich habe keinen Umhang mehr für ihn. Ich habe einfach keinen mehr. Ich habe keine Handschuhe oder irgendwas. Ich habe keinen Rüstung. Ich habe keinen Umhang mehr für ihn. Ich habe keinen Umhang mehr für ihn. Ich habe keinen Umhang mehr für ihn. Sinnesschärfe. Leichte Rüstung. Kampfrausch. Schwerheirüstung ist nicht geübt. Leichte Rüstung 12. Auf jeden Fall das geben, dadurch schon mal mehr. Bis eine leichte Rüstung 12 ist. Ne. Sortiert es nicht. Cool. Super. Leichte, schwere, mittlere Rüstung ist auch nicht geübt. Dann wird es wahrscheinlich nicht viel besser mit dem, was wir jetzt haben. Was hast du jetzt hier? Eismesser beschwören. Und Illusionszauber. Wertresistenz. Ich glaube, ich würde das so machen. Sieht irgendwie komisch aus, wenn wir ihn oder sowas machen. Damit ist er nicht geübt. Damit ist er natürlich auch nicht geübt. Was ist das für leichte Rüstung? Ist das nicht Astarians gewesen? Habe ich mich gerade ausgezogen? Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt, was hier abgegangen ist mit dem Inventar. Ich würde sagen, lassen wir es halt erst mal so. Wenn wir dafür nix haben, haben wir dafür halt nix. Was da passen würde. Aber jetzt noch bitte nach Typ sortieren. Wieso? Wieso sortierst du das? Inventar von ihm nicht. Du brauchst nur seins nicht. Ich bin verwirrt. Äh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Was sind das? Äh, Lager verlassen. What? Ähm. Tell me. Am I beautiful? More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dew swept across the Kalim. Okay. You are the fruit of the forbidden palm. Soft on my skin. Sweet on my tongue. You are my sin. And salvation. Ähm. Hallo. Your parasit stirs. And you gaze at the nymph through the flaming fists hungry eyes. Your muscles shiver with her longing. Your skin burns with her heat. What's... What's wrong, Jura? What are you? Wait. I know you. Sieht spaßig aus. Kann ich mitmachen. Jara is the most valued. Hier geht's... The absolute has shorn me. Jura, what's going on? Who's this man? Gather. Prepare. Erm. Your head screams in agony. The change has come. Pustules boiling beneath your skin. Your bones twisting. Your flesh rupturing. And suddenly... Silence. What's happening? Erm. I don't think this kind of establishment is quite to his taste. I don't think this kind of establishment is quite to his taste. Erm. Wie komme ich denn da hoch, wo das ist? Ich bin irritiert. Warum bist du da oben? Wo bist du denn gelandet? Ich bin irritiert. Ich bin irritiert. Hä? Ich glaube, das Spiel ist komplett ausgepackt. Bei dem, was ich gerade getan habe. Weg ist unterbrochen. Ja, aber... Wo bist du? In welche Dunkelheit bist du denn gefangen worden? Aber ich glaube, ich muss... Das muss ich nochmal erneutern. Hier sind Dinge passiert. Was zur Hölle? Das ist leider schon eine Weile her. Das ist leider schon eine Weile her. Okay, merken wir uns. Wir wechseln lieber nicht die Charaktere. Was zur Hölle? Plötzlich sind die alle überall. Weil ich in dem Haus gewechselt habe. Das war der Teil. Seitdem haben wir schon ein bisschen was gemacht eigentlich. Ups. Nehmen wir hier nochmal ein paar Sachen mit. Wenn wir schon dabei sind. Schön ein bisschen Kohle überall raus snacken. Ähm, Gewicht. Achso, das war das. Sotiation-Typ. Ist schon richtig, aber das ist irgendwie schlecht. Toxine und Schlangengift. Achtung, Akolyten. Aufgeschoben. Zeramophose. Die können wir wahrscheinlich auch alle ins Lager schicken. Der große Plan. Draw Exzellenten. Draw Gift. Fugungsprotokolle heruntersehen. Die Junkietaufen mit Innschrift. Getreue Saloons. Das ist doch was für Schattenherz. Wir machen mal die ganzen Sachen jetzt hier raus. Vor dem ich die ganze Zeit. Ich habe die, glaube ich, alle gelesen. Falls das irgendwann Thema ist. Ich war aber ziemlich sicher, dass vieles davon nicht mehr notwendig ist. Zumindest die, die jetzt nicht als Quest-Gegenstände hier markiert sind. Schattenherz kann das tragen. Misten wir hier mal aus. Spangen, Jäger, Tagebuch, Untersuchungsnotizen. Schicken wir alle ans Lager weiter. Forschungsnotizen. Ältesten gehören Beherrschung. So, jetzt sollte das deutlich leichter sein. Sehr schön. Dann haben wir das Problem auch nicht mehr. Wir haben mit dir gesprochen. Wie seid ihr gestorben? Wer ist euer Sohn? Warum hat euer Sohn euch getötet? Was soll das ein Geheimnis? Wo finde ich euren Sohn? Okay, habe ich nicht viel mehr rausgekriegt als vorher? Ich weiß, das ist identisch zu dem, der mit dem Geheimnis in den Tunneln erhoben ist. Ich lese mich anders durch. Ich schicke erstmal nix ein. Da haben wir reingeguckt. Da haben wir reingeguckt. Rationsbesteck. Okay. Blutbefleckte Notiz. Das habe ich reingesteckt, weil ich dafür was, dass jemand zeigen würde. Diese Dinge haben nicht mehr geblieben. Was ist hier hiding? Ich schicke doch einige sein. Ich habe einfach gelogen. Ich bin einfach ein glatter Lügner. Das sind Organs in der Spine. Blut. So, dann gehen wir wieder raus. So, dann haben wir noch mit dir hier hinten gesprochen. Also euer Geschäft. So, sehr schön. Da haben wir hier glaube ich ein paar von den Billig-Sachen verkauft. Wie... Federfall ist nicht, aber Nebelwolke zum Beispiel. Tote beleben. Das aber auch mal net. Das von Bezaubern. Magier ist von Braumann net. Das Braumann net. Ähm... Den Braumann net. Den Braumann net. Den Braumann net. Den Braumann net. Dat Braumann net. Dat Braumann net. Oh, den komischen Teddybären können wir ja auch geben. Die Explosiv-Teddybären. Die brauchen wir wahrscheinlich alle nicht mehr. Äh... Diadem der Einschüchterung. Zauberrettungswürfe. Wenn er bedroht wird. Hm. Werden selten bedroht. Mit Toten reden können wir auch so. Dat können wir also auch verkaufen, würde ich behaupten. Spiegelbilder. Dunkelsicht haben wir jetzt auch anders geregelt. Vergrößern. Unsichtbarkeit. Papierberührung brauche ich auf jeden Fall nicht. Schutz. Lüfe des Schutzes. Mächtige Unsichtbarkeit. Hier habe ich doch noch Umhänge. Oh, dass ich vorhin keine Umhänge gefunden habe. Irgendwie verwirrt gewesen. Ich sehe die Bosheit. Oh, danke für das Gold. Danke für das Gold. Seid ihr euch hier begegnet? Always here when she didn't. Ähm. Been gone for you. You don't horrible. Moment, mehr darf ich mit euch jetzt nicht besprechen, wenn ich euch das sage. Gotta keep low. Er ist natürlich uncool. Ich glaube, viel anders ist es auch nicht abgelaufen das letzte Mal. Schwarze Leinwand? Die ist nicht schwarz, die Leinwand. Ein Patron. Er ist mich für ein Mitglied der Staffel. Ich würde wahrscheinlich seine Leinwand brechen. Good boy. So, Bürger, 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 Bürger. Und dann nochmal hier, glaube ich, hier rübergegangen. Machen nochmal eine kleine Zwischenspeicherung, bevor es gleich wieder durch die Kanne geht. Hallo. So, ihr liegt meilenweit daneben. Sie dann morgen wieder da. Fion hat mich helfen, sie zu suchen. Okay. Dann gehe ich doch mal gucken. Äh, wer bist denn du eigentlich? Korilla, hallo. Verdammt, Hoots. Das neue Batch brennt stärker als ein Pitfiends Fist. Kennen wir dich? Ähm, okay, sie säuft einfach. Hä? Hä? Raphaels favoriter Missadventurer. Gut zu sehen, dich wieder zu sehen. Selbst wenn du es hast, hat mich aus dem Pockett. Der Boss bett mir fünf Solkohne, dass du die Stadt in einem Stück erreicht hast. Er hat eine Runde nach oben in der Hoffnung, dass du überraschst. Tschüss. Äh, ähm. Was will er denn mit ihr? Er will, um dir zu helfen, um die Welt zu retten. Was noch? Geh deine Zeit. Geh einen Drink. Sample die Gäste. Geh ihn sehen, wenn du fühlst. Schares Liebkosungszimmer. Schöss mal. Uh. Moment. Kennt man... Nee, dich kennen wir nicht. Du siehst nur so ähnlich aus. Du siehst nur so ähnlich aus. Hallo, Starlin. Einmal eine Sipp und ich würde mich überraschen. Aber andere Ankerin für süsser Schäuze. Wie solltest du mir einen Tast? Das ist der Abenteuer am Anfang. Was würdest du sagen, Dolph? Habe einen Sitt auf meiner Karte. Lass uns sehen, was rauskommt. Was? Wie solltest du mir einen Quiver setzen? Du bist ein Böse zwischen Männern. Nein, ein Drage. Sie setzt meinen Fönix-Nest auf Flamme. Oh. Er hat sich übel verarschen lassen. Oh, wow. Was geht denn hier ab? Ah, guck mal. Dich hat man, mit dir hat auch noch ein Thema. Nein, Herrs. Du hast mich all den Weg hier. Was könntest du mit mir jetzt mit mir kaufen? Wie? Nein, Herrs. Was auch du denkst, ich bin sicher, dass du ein Gold mit dir vergessen würdest. Ach so? Glaubst du? Ähm, halt euer Gold, ich will antworten. Ich bin nur ein einfacher Spielmacher. Ein Artisan. Ich weiß nichts. Sie würden mich töten, wenn ich die Spielmacher nicht verraten würde. Und sie werden mich jetzt definitiv töten. Ich kann dir nicht erzählen. Ich will nicht erzählen. Ich will nicht erzählen. Alles bevor sie euch überhaupt erreichen. Let's go. Einschüchtern. Das kann ich. Alles klar, alles klar. Just, nicht mich wehren. Die Teddybären waren ein Experiment. Aber warum? Weil ich will. Weil ich muss. Otherwise, sie werden mich töten. Wer denn? Darum lief es doch hinaus. Ich wollte wissen, wer. Ich weiß immer nicht, wer sie sind. Genau. Ich weiß nicht, wer in charge ist. Aber es beginnt bei der Feuerwerkskarte. Das ist, wo die Pakete kommen. Geh da. Sag ihnen, Uncle Falogia sendet sie. Und sie werden dir die Smokepowder vieles davon lassen. Ich habe dir gesagt, was du wissen willst. Jetzt, lasst du mich gehen? Seine Pflege kommt mit einer Offenung. Ein Pass, die dir Zugang zu der lachen Stadt. Ich brauche euer gesamtes Gold. Ihr geht höchstens ins Gefängnis. Danke, aber nachdem ich das nun alles weiß, kann ich euch nicht einfach so gehen lassen. Tut mir leid. Danke, aber ich brauche auch euer gesamtes Gold. Geh es, ich bin es. Ich bin es. wie viel ist denn euer gesamtes Gold? Grönes Erzangezugs, Zutrisspass. Teddybär im Schrank, Bett ist inspiriert, Schandertan. Nice. Teddybär im Schrank, ja, ja, wir kriegen mal eine Doppelinspiration, wenn wir da jetzt kurz, oh, hallo. Weiß ich nicht, wie viel Gold wir jetzt bekommen haben. Ähm, Monsieur Chapeau. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let's play on into the night. Okay. Ich kann jetzt das Tabiat setzen. hallo. Uhu. Und was kritisiert so? Warum seid ihr nackt? Oh, du, ich kenn, das kennen wir. Die sind hier Pai-Chi-Pai-Chi und so. Wie seid ihr hier gelandet? Das sind hier die haben den Schmerzgott Betian. Sehnt ihr euch nicht nach einer Veränderung? Danke, was freiem Willen wenn ihr seid. Life is prosperous. I'm much happier kissing the many lips of the surface than tending a field or manning a shop. die wirklich Spaß macht kann ich euch nicht verurteilen. Schön, dass ihr hier einen Platz gefunden habt, an dem ihr euch sicher fühlt. I'd have to restrain myself far more than any playbindings do if I were in a field this is a place where I can be myself boundlessly Ja, Leute auspeitschen und so. So many who come to me speaking of a fixation that no one else has ever been able to share with them and never will again a once in a lifetime moment of passion every day what could be better? Don't you want to try it? Da kriegen wir dann Segen von dieser Tante wahrscheinlich. You don't want to miss my signature Meso-Boranzon-Love-Trick Und ist das dein Partner mit dir? Was ein gellieses Paar. Vielleicht wir können zu einem Verkauf kommen. Ihr zwei seht euch unglaublich ähnlich. Ihr schlaft doch noch doch nicht tatsächlich mit jemand anderem, oder? Ich buche euch gewiss nicht beide gleichzeitig. besteht da nicht ein Risiko einer inzüchtigen Schwangerschaft? Since I came to the surface I purchased an Enchantment to bless me with Infertility. If that soothes your mind. Köstlich. Ist Kalach nicht einverstanden. Was für eine Einigung. Wir wollen das Let's go. Let's go. There must be a sprinkling shower of gold first. Ahah. Coin. Na gut. Let's go. This is 1000 gold wert. Das ist doch mal 1000 gold wert. Wo geht's jetzt hin? Na gut, wenn wir später weiter gucken. Das ist eine andere Variante nach oben zu kommen. Ähm. Ja gut, hätten wir schon hingekonnt. Äh, wenn wir jetzt schon vorbeilaufen. Hallo Valeria. Wir haben eine Frage. Wir müssen mit euch wissen, was klären. In diesem Fall geöffnet eine andere Bottle öffnen. Husser Valeria. Hahaha. Häng auf, Dick. Ich rückgenehm diese Gesicht. Du sprach Janis nach dem Tempel. Ich warte, sie hat dich etwas Ja. Ich fürchte ja. Ich habe neue Beweise gefunden am Mittleren. Wozu hoffentlich wenig Lust verspüren. Ich nicht. Ähm, wer ist der Weller? Meine Assistent. Sie hat in der Höhe Stadt untersucht Duke Stelmanes Mörder. Jetzt zurück zu es. Was hast du gefunden? Das ist nur eine Dämonen. Ich habe die Mordwaffe die übersehen haben unter dem Tempel gefunden. Das ist ziemlich die Descuverie. Das nicht me alles erzählt. Warum war Logan getötet? Die anderen Leute auf der Liste um sich Bares Kunst zu sichern. Aber ich habe die Liste auch dabei. Ich habe über Baal Baal über Baal und Angst. Aber sie unabhängig insistent über diese auch für sie. Okay, ich bescheiden. Was ist deine Theorie? Das ist keine Theorie, ich habe Beweise, die Dokumenten hat Informationen, die die Morde mit dem wiedererstarken Ballisten in Verbindung bringt. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork, as it is. What the fuck? The color is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elfsong Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the fist here. Oh, and you'll need this pass. Oh, so kommen wir auch in die Unterstadt. Gib mehr Optionen. Well, what are you waiting for? You have a bloody conspiracy to solve. Move! Du bist ein sehr anstrengender. Oh man. Unterstadt passen. Ich wollte nicht da hoch. Wo sind die denn jetzt, wo ich hin wollte? Oh. Ne, da wollte ich nicht hin. Hätte ich sie vielleicht mal nicht weglaufen lassen sollen, wa? Wäre es smarter gewesen. Ähm. Wo bin ich denn jetzt? Was ist das hier? Elmen's Bibliothek. Ähm. Okay, das können wir später, glaube ich, mit uns noch angucken, weil das ist ja offensichtlich nicht der Raum, wo wir hätten hingesollt. Teufelsloch? Das hört sich passend an. Oh. Oh, oder wir reden einfach mit dir. Hallo, Raphael. Ich bin glücklich, dass du gekommen bist. Nicht zu meiner Tür. Nicht noch. Aber zu der finalen Reckoning. Eine weitere Sache, bevor wir beginnen, doch. Äh. Moment. Moment. Beginn. Ich hab irgendwie einen Überblick verloren, hab ich das Gefühl, Leute. Für die erste Mal seit der Nautiloid, dein Mind ist klar. Es ist unzüglich. Ich hab mich leer. Was habt ihr getan? Netter Trick, aber zeigt mir, dass es echt ist. Das war kein Party-Trick. Niemand ist missing. Kannst du dir sagen? Das Illithid, du in deinem Pocken, kann uns nicht mehr hören. Ha. Was ist das? Ja, wo ist der Haken? Gute Frage. Dann spricht auf und sagt mir, warum ich mich hierher gebracht hab. Clever, aber beim ersten Begegnung hattet ihr ein Heilmittelverstand, das ist kein Heilmittel. Ich würde dich fragen, dass du patient bist. Aber du hast genug patient. Jetzt ist die Zeit, zu sprechen. Bitte? Ich werde sagen, dass du mich beeindruckt hast. Ich war nicht sicher, dass du es so weit machen würdest. Aber egal, wie weit du kommst, du bist noch auf der Weg zum Ruin. Eine Weg, die direkt zu einer Konfrontation mit dem Älterbränen. Das mag sein. Das magst, das magst, und alle anderen in dieser Stadt. Das magst, das magst, das magst, und du hast genug Freiewillen zu even wünschst, du bist tot. Du hast die Schlüssel zu zerstören, in der Hand von deinem Hand. Sehr perceptive. Ja. Ich kann dir die Möglichkeit, ihn frei zu lassen. Orpheus, gerade versucht mich zu töten, das ist gefährlich. Warum sollte ich ihn befreien wollen? Ich glaube, du würdest lieber auf den Emperor's Tentaklen schreien bis Ende deiner Tage? Orpheus ist deine einzige Hoffnung, dieses Horror-Show zu überleben, ohne sich in eine Illithid zu verfolgen. Für dich, du wirst ein Freund sein. Nach allem, du bist in Krieg mit einem älteren Gehirn. Alle Leute, die ich kenne, deuten darauf hin, dass Orpheus mein Feind ist und der Imperator mein Verbündeter. Oh. Wenn ich wusste, dass du so glibber bist, würde ich dich verfolgen, würde ich dich verfolgen, um zu verkaufen, für ein Pockett voll von Wäldern, als wir zuerst treffen. Für den Emperor, du bist nichts mehr als ein Wälder, einer, der wird es transportieren, in den Älteren. Ein Wälder braucht food, und die occasionalen Böden, um ihn zu bewegen. Du bist einfacher. Die Wälder sind als auch Karat und Stick. Vielleicht ist es wahr, dass Orpheus sich mit dir gegenüber dem Älder-Brain beherrscht. Er ist unkooperativ. Er ist frei. Du musst ihn töten. Ich bin überzeugt. Sagt mir, wie ich mich befreien kann. Das reicht jetzt. Ich gehe. Letztes Risiko wert. Ein Orphic Hammer. Ein Artefakt, das zu schattern die Chains, die Prinz Orpheus hält, ist sicherlich in meinem Haus der Hoffnung. Ein Haus des Verlustes und ein Haus der Hoffnung. Das ist ja unerhört praktisch, dass ihr genau das habt, was ich brauche. Das ist nicht nur einfach. Und es ist noch mehr einfach, dass du mir genau das, was ich zurückgegeben möchte. Und was willst du? Sag mir einfach, was ihr wollt. Nein. Nein. Wenn ich dann der anmächtige Artefakt am Teufel geben würde. Ich habe es in meinen Händen und weit von eurem herzlichen Welt, als in den Händen der Gäste und Monster, die gegen diese Stadt kämpfen. Äh, nein. Dann wirst du sterben. Along mit jeder andere Seele in diesem Haus. Wir werden schon eine andere Lösung finden. Vielleicht überlege ich mir anders, warum ihr seid so versessen auf die Krone. Ich werde euch beweisen, dass ihr falsch liegt, Teufel. Ich bin gewillt, in dieser Gäste einzugehen und meinen Gefährten zu vertrauen. Mal sehen. Aber ich gebe doch nicht einem Teufel ein magisches Artefakt, das sämtliche, sämtliche Bewusstsein kontrollieren kann. Inklusive dem mächtigsten psychischen Wesen, das man so kennt. The fuck? Da du bist. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Etwas blockierte mich von von deinen Gedanken hören. Es war schön, einen Moment des Friedens und der Ruhe zu haben. Ich kann das verstehen. Es gibt Repriebs in der Solitude. Aber es ist wichtig, dass etwas wie so etwas intervenieren könnte. Besonders, wenn wir so nahe zu dem älteren Gehirn sind. Hast du keine Ahnung, was es war? Ahnungslosigkeit, Entschuldigung. Wir täuschen ihn. Es war das älteste Gehirn, was mich unter die Kontrolle bringt. Und 25, ach du Scheiße. Ich glaube, das reicht aber trotzdem. Yes. Das kann ich. Dann ist die Situation besser, als ich dachte. Wenn es deine Gedanken gelesen hat. Es weiß genau, was deine Intentionen sind. Und es ist bereits Plottenkontrollen, um dich zu stoppen. Wir müssen aufpassen. Ich werde deine mentalen Gefahren abholen. Wir hoffen, dass es uns etwas von unseren verletzten Vorteilen gibt. Wir müssen aufpassen. Oh, danke schön. Ach so, hier wollte ich Zeug. Haha. Wir speichern nochmal vorher. Nicht, dass hier komische Dinge passieren. Wie gerade eben. So, let's go. Ach so, ich muss jetzt nur mit Schattenherz herkommen. Ja, klar. Ähm. Dann schicken wir mal Astarion hier vor die Tür. Und Dingelsbomens auch vor die Tür. Let's keep going. Schatten, wir haben hier ausgemacht. Schauen wir mal. Ein schnelles Gebetenpunkt. Nimm doch bitte, dass das nicht zu einer Brückelei auszuhalten. Klingt so etwas immer viel besser. Lassen wir es doch, liebe. Ihre Hand nehmen. Ich hoffe, du bist nicht so Angst, mein Lieber. Ich muss die Lichter auspullen, bevor wir beginnen. Jetzt bin ich ja gespannt, was hier passiert, wenn ich jetzt komplett abberaumt. Na dann machen wir das Licht aus. Aber da ist noch Licht an. Ah. Wow. Hmm. Oh, Imperium High Priestess. Lass uns auf deinem Altar schützen. Die Drow-Siblinge fallen zu ihren Knie in Mock-Prayer gegen Shadowhut, leistet Karessen über ihren Haugen. Was? Kaiser, meine Begierde, euch wird heute gehuldigt. Keiner gewissen Orden an für ein Schattenherz von Schabefreiheit und nun mit eigenen Anhängern. Ihr seid sicher höchst zufrieden. Nee, spiel mit. Kaiser, meine Begierde, euch wird heute gehuldigt. Die Nacht schützt auf. Die Nacht schützt auf. Füllt mit Fantasien, Shadowheart sehend all zu präumt, um zu suggerieren. Freak in den Schäden und so. Moment. Das war aber abruptes Ende. Geh mir einen Moment, um die Gefühle. Du hast mich bereits verhaftet. Wir werden schnell zurückgekommen, aber nicht so schnell. Ich muss nicht einmal so mit dieser Art etablieren wissen. Even in the best of times. It's an oasis of pleasure and calm. In the city's chaos. With Baldur's Gate preparing for war. The caress feels like the final flicker of a beautiful flame. Before darkness falls. Mit Haste. Du bist ausgelockt, hast du gesagt, ne? Gib mir einen... Wir rechnen schnell, aber nicht so schnell. Dö-dö-dö-döä. Dö-dö-dö-döä-döä-döä. So, das ist Raphaels Zimmer, das ist das andere Zimmer wo wir rein wollten. Wo wir uns umschauen wollten. Können wir ein paar Silbergläser mitnehmen. Fionas Tagebuch. Vielleicht findet man da noch was. Mit ihm das Flüstern, der Nacht schreckt das Blut. Ich weiß, dass er etwas verbirgt. Und die anderen, die in der Klitsche wissen, ist ebenso. Ich habe gesehen, wie sie ihn ansehen, wie sie mich ansehen. Sie haben Angst vor ihm und ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich habe es auch. XP. Unterhaltspand. Bettlaken. Büchereien. Gefährte des Lehrlings. Destinierapparat aus Glas. Das sieht glaube ich nur so aus als ob, oder? Uh, Essen. Ah ne, Schwarm und Seife. Da hat er da das Essen für das Bad aufgetan. Lederensempel mit engen Kragen. Aha. Nehmen wir das Lederensempel mit engen Kragen mit. Krassionskrieger der Liebe. Stehen wirbt auf dem Buchseite für sie selbst. Ein Paladin des Hune wird von einer Göttin zu sich gerufen. Sie trägt ihm auf, wenn eine Person aus jeder Stadt eine Schwerdkuss zu schlafen, um seine Hingabe zu lieben. What the fuck? Schundromane. Quartas Sune. Sune, ein Ratgeber zur Textilität der Roting. Und dann muss man eine Führung mit tallierten Schaubeln auf jeder Seite. Ihr Schattenherz. Das brauchst du, glaube ich. Wenn du so viele Fantasien hast. Wer bei der Selbstbefriedigung in der Bibliothek erwischt wird, wird an das Bücherregal mit den gefesselten Büchern gebunden. Aha. Okay. Okay, hier geht es immer nach hinten raus. Oh, hier geht es nach hoch. Ich komme auf die Dächer? Okay. Ich könnte wahrscheinlich auch über die Dächer einfach in die Unterstadt hüpfen, oder? Ne, da kann ich nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich da rein. Was habe ich jetzt davon, hier auf dem Dach zu sein? Also ich könnte schon da zum Beispiel reinkommen. Wenn ich da hinkomme. Ich glaube, so kann ich aber nicht springen. Doch, ich kann aber. Ich brauche halt den Feather Falling und so. Ansonsten kann man das wohl nicht so einfach. Und ich komme hier hinten hin. Ja, da komme ich glaube ich auch von vorne hin, oder? Sind wir, sind wir, sind... Gut. Brunner gefallen. Brunner gefallen. Wie kann man nur so doof sein? Wie kann man nur so doof sein? Wirklich. Was soll denn das Schattenherz? What the fuck are you doing? Ich springe da einfach von der dritten Etage runter. Ich habe mich noch gewundert, was ich macht. Oh Mann. Der hat irgendwie... Die Wegfindung versagt. Ich meine, wo war ich auch rausgekommen? Hier war ich rausgegangen. Du musst noch hier rüberhüpfen. Kein lach. Sonst gibt es Probleme. Das haben wir alle wieder zusammen. Na, sehr schön. Können wir hier einfach aufmachen? Hier. Jupp. Können wir einfach. Diebkosung, Zimmerschlüssel. Ah, das ist das. Ich sollte sprechen. Das kennen wir jetzt auch schon. Eure und Zwischensamen. Das kennen wir jetzt auch schon. Eure und Zwischensamen. Und hier sind wir mindestens alle zusammen da drin. Auch wenn es Schattenherz schwierig geht, aber wir sind zumindest alle da drin. Bist du? Du hast nur 63. Du hast keine Widerstände. Snap it. Schon halb tot. Ziehpunkt nicht erreichbar? Achso, was du erst. Du musst hüpfen. Ich glaube jetzt Ziehpunkt schon erreichbar. Zing, zing, zing. Never a dull moment. Easy. Tut mir ein bisschen leid um sie. Hä? Hells. Ich habe die Geschichte von Mindflayern gehört. Talons scharpe als Dagger und Tentacke noch mehr furchtbar. Aber keine Geschichte hat die Justiz zu ihrer etherealen Schönheit. Es fliegt wie ein Butterfly. What? Alter. Bist du durcheinander? Hast du einen hübschen Äs? Aber das war es auch. Aber Conan ist tot. Man sollte meinen, dass euch das mehr berühren würde. In einem Wort, es ist in der Tat schön und ganz schön tödlich. Ist es nicht in der Oliphids-Barbarkeit, dass wir es Splendor? Nein. A lesser woman might be frightened, but I am no lesser woman. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. Mach die nächste mich an. Ich meine, dass ich mir kein Urteil nach ein solches extravonere Weg zu begehren ist seltsam. Hat euch die Kreatur etwa erregt? Warum sollte ich es nicht sagen? Meine Urhe ist so natural wie die Grape auf dem Wein. Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es andere Flavers, die meine Palette zu beantworten. Für diesen können wir einfach ein paar Münzen geben. Ich offerte etwas rarer als Korn. Rapture. Klampe deine Augen und hör. Okay. Bin ich mal gespannt. Ich bin immer gespannt. Er ist die einzige Schmerz. Her voix schlägt durch sie. Warmer als der Sonne, yet cooler als der Nacht. Die All-Being. Hier there is no suffering. Here you want for nothing. Here you are anything. You have one word. Tell me what will you be? zufrieden zufrieden hört sich gut an you are warm you are safe your flesh shivers heart burst true ecstasy the one fleeting moment open your eyes anew remember me okay warum kannst du sowas courtesaner bald elf if you see rapture find it ich bin irritiert wir können die truhe looten sie ist kein diebstahl wenn ich vorher leute rette anscheinend zumindest das tablett mit schwemm schares liebkosungs zimmerschlüssel den haben wir ja schon leder rüstung schwamm ich kann mich ins wasser stellen warten ich vermute es wird kompliziert sein wenn wir jetzt versuchen hier nach unten zu gehen deswegen machen wir das lieber so halb manuell verzügelung betroffene kreatoren bis nächsten langen rassen bloß von 1d6 auf anklasswürfe warte blutzwürfe und rettungswürfe ich glaube soll es aber dir selber mahnen plus fünf ist halt nicht so viel also das ist der progresse wir müssen weiter gehen haben wir noch ein paar Leute mit denen wir reden können und wollen mit euch nicht mit dir nicht seid alle nur bürger 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 momentan mit euch können wir aber reden ja wir haben ähm gespräch belauschen täuschen ich bin enttäuscher deswegen ich heiße mit ihr zu besprechen jetzt haben wir so viele boni jetzt zack 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 jetzt ist es fast auf 40 gekommen ähm holy mo seems everyone's got business with her heard the gal met her match the new kingpin old meat and muscle that one and wild as a were bear if he's looking to house nine fingers my blades got his back sounds messi as the ninth hell must be why she called us to hell Deswegen, da gibt es Ärger in der Gilder. Ja, warum denn nicht? Die interessanten Geschäften, ich wäre gern dabei. Kleinen des Zwergs wahrnehmen. Ich wäre gern dabei. Lass mich mitmachen. Oh, das reicht trotzdem. Puh. Wo finde ich die denn? Dankeschön. Oh. Kann ich mit dir noch hin? Nicht schauen, für mehr Firma. Okay. Hier ist einfach nur Bürger. Ah, hier ist die wieder da. Ich glaube, mit allen anderen darf ich hier nicht reden. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ich könnte noch mal hier mit ihr besprechen. Die sind wieder hier unten. Aber wir kennen uns doch schon. Wir kennen uns doch schon. Wir hatten eine wunderschöne Nacht für tausend Gold. Aber ich glaube, ich kann nichts mehr erzählen. Hier, schlechte Neuigkeiten. Ihr Pfehl ist mein, Sweetin. Sie wurde ermordet. Mordet? Bei der Mutter auf Katzen? What? Die Regulärer missen sie mehr. Sie schwärmen sie wie Honebeer in der Hive. Viel Spaß beim Ersatz finden. Ihr könnt doch sicher ein bisschen für mich erübrigen. Ich habe noch andere Optionen für Gesellschaft. Ach so, deswegen. Sie sind in der Nymphsgrotto auf dem Topflug, Sweetin. Die Klienten sind ein Favorit von ihr, auch. Ich wüsste, dass ihr sie wegkriegt. Aber wir sind glücklich, einen Däffel in der Wohnung zu haben. Ein temporärer Guest. Aber er fragte, dass ich irgendwelche Potenzialen seinen Weg sende. Jeder, der eine Besitzung hat, sieht man ziemlich verändert durch die Erfahrung. Uff. Hat er den Namen genannt? Ja, Raphael. Raphael. Exceedingly handsome und mit einem Lied, der die fehlste Blasphemie für mich sein könnte, das liebste Himmel zu sein. Ja, nee, danke. Reicht mir. Du bist, glaube ich, kein... Handeln. Hast du über Gold? Das ist unverhofft. Wie viel Spaß damit. Und damit und damit und damit. Glocke Golem beschwören. Schwürt den Baldrater. Sprechen mit Tieren. Ich kann schon mit Tieren sprechen. Können wir die komplett geben? Dankeschön. Komm zurück! Fressen Kater! Wir brauchen gar kein Fisch mehr sonst. ja hakim du musst gleich mal ein bisschen locker werden roberto syl dadiado ja von den krieg ich auch färben mit üppiges weinrot weiß und scharlachrot flieder blutpflaumen zumpfgrün hellborn tigernebel was macht ihr hier drüben für heiliges gehandel toilettenpapier ist das problem da da ist der panik hallo habt ihr bei ihr viel zu handeln ich irgendwas noch loswerden potenziell schon war wasser promo scheint ja auch nicht hier viel spaß damit kampfrausch beendet weiwann catholics kriegshammer viel spaß damit kichanki kurzschwert viel spaß damit höllische ferien verursacht vermaglich auch nicht mehr ich bin psychos 1 haben wir hier noch so crimsi kramsie haben wir hier noch schatten klinge Ganz viel Krimsi-Kramsi. Ich habe ein bisschen mehr Krimsi-Kramsi bei mir. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Und danke. Wer bist du denn, Hanilo? Okay, wir waren da gerade. Das ist ein sehr auffälliges Good Day to you. Muss ich mal so sagen. Okay, komme ich einfach wieder hoch. Ja, okay, komme ich einfach wieder nach Choress. Choress hoch. Was fühlt sich so? Der will Drogen kaufen, der Vollidiot. Hier gab es mal eine Brücke. Irgendwann. Ich habe einen langen Weg vorhin. Wer bist denn du da vorne eigentlich? Ist einfach ein Flüchtling. Ihr chillt hier einfach in der Ecke oder was? Aber hier zu betteln ist doch maximal dumm. Das ergibt keinen Sinn. Dass ihr hier bettelt. Hier kommt ja niemand vorbei so wirklich. Außer wir werden irgendwie Schiffe ausgeladen. Das habe ich gerade nicht gesehen. Oh, hallo. Aber eine Schmiede gibt es hier nicht, ne? Weil ich das gesehen habe. Hallo. Du brauchst was? Ich habe die Tools für jede Arbeit. Jede Arbeit. Du, renn doch nicht ein bisschen an die alte Hexe. Okay, du hast das. Brauchen wir eigentlich nicht, wir haben genug davon. Davon haben wir noch genug, danke. Das war das Absicht oder war es? Ihr seid so weirde Typen. Wieso? Ich bin voll smart und so. Was geht bei euch ab? Ich würde gerne sprechen, aber ich habe eine Suche zu finden. Wer weiß, dass etwas so einfaches zu kaufen würde, die Bohnen eines Tages nehmen würde. Äh, findet ihr doof? Also findest du... Ihr müsst den Danthelons Dance-Axe anschauen. Der Leiterwerk ist großartig. Okay, würde ich gerne. Na, ich brauchte nämlich tatsächlich einen Schmied. Öhm. Ich glaube, ich sollte nicht in diese Doppeltür knacken da unten. Aber da geht es noch rein, da war ich noch nicht drin. Ah. Klamottenladen. Nadel und Kam. Zum Kampf wappnen. Zum Kampf wappnen. Zum Kampf wappnen. Eher nicht. Zum Kampf wappnen. Zum Kampf wappnen. Was denkst du? Kann ich ein Kampf sein? Was? Wappnen wir doch nicht gegen mich? Dann sage ich es euch. Hättet ihr aber einen Anfang Tipp für euch? Weniger reden, mehr kämpfen. Soll ich dann treuender Vater sein. Was du bist. Was hast du denn gegen mein Outfit? Was soll das denn jetzt? Braune Alabaster Das müsste man natürlich... Moment, braune Alabaster? Alabaster ist doch fast weiß Schwarz und Ofenrot Weiß und Schallachrot Blutflaumen Lavende Schwarz und Jadegrün Ich glaube Gold haben inzwischen genug, ich würde gerne mal davon was haben Azurblau und Schwarz Dunkler Flieder Harlekin, Schwarz, Weiß Schwarz, Weiß, hört sich auch geil an Blass, Rosa, Indigo Wilde Frucht Färben, Mittel, Rosa, Blatt, Grün Und dabei Kunstvolles Gewand Prächtiges blaues Gewand Prächtiges petrolfarbenes Gewand Purpur Verwegenes metallisches Gewand Wir nehmen ja noch ein paar Klamotten mit, wir machen uns mal richtig hübsch Geschmackvolle Stiefel, getragene Bändersandalen, spitze Schuhe Harte Schuhe Entfärber, abgerissene Kleidung Luftige Sandalen Radiatoren-Sandalen Was verkaufen wir euch denn dafür? Ähm, wie wär's mit dem Tierfreundschafts-Amulett und diesem Ding? Gestaltwand, Gestaltwand haben wir sogar jemanden, der's nehmen könnte Ein Träger im Gegner Das ist die Distanzzone Kann nicht blind werden Kaufen wir ihm das hier noch Schwert der Schreie Dankeschön Dankeschön Ähm Tauschen mal das Harlekin schwarz-weiß Oh, Moment, hab ich das Harlekin schwarz-weiß genommen? Nee Oder? Schwarz und Jadegrün hab ich genommen Hm So, Jadegrün seh ich das ja nicht Moment, das kann ich nicht machen Oder kann ich, muss ich das mal neu öffnen Hat genau gar nichts gemacht, geil Awesome, awesome Ups Gib mir meine Handschuhe wieder Äh, meine Dingens Oder liegt das an dem, was ich drunter habe? Nee, oder? Nee, hat nichts damit zu tun Ist das Jadegrün, was da drunter ist? Na gut Ähm Ja, das ist da, wenn ich das haben will Können wir noch irgendwas Spannendes machen? Nadelbuch, du bist noch da rum Am rumtickern Geht's natürlich noch so hin Das Nadelbuch Hier sieht mich niemand Schneider von Kleiden für Fortgeschrittene Parfümierter Brief Moment, ein Parfümierter Brief Hat man schon mal Ich möchte nicht, dass ihr eure grauenhafte Entwürfe mit einem verwechseln Aha Dass ich hier einfach rumlaufen darf, irritiert mich ein bisschen Und jetzt darf ich sogar einfach Sachen klauen hier Ideen für neue Gewänder Knöchelschals Okay, wir haben eingekauft Was geht denn hier noch ab? Wie ist das noch ein Laden? Ich finde mal nicht, dass es eine Schmiede hier oben ist, oder? Willkommen zu Dandelons' Damsen-Axe Unsere Schmiede ist nicht benutzt Es ist versucht und testet von den höchsten Spannenden Entter Warum habt ihr Ihr habt ja wirklich fette Fette Bewachen, oder was? Ist ja ein guter Laden hier, ey Grüß Gott, Herr Dein nobelbehring bringt eine kleine Klasse Wie soll ich mich hier mit Harfnern treffen? Harpers Ich bin Angst, dass ich eine grubbiger Klasse von Klientel als das Mehr Chancen als Champion Wenn ihr mein Wichtiges Präsent-Komponente Ich bin sicher Nein, ich weiß nicht Ich weiß nicht, äh Jahira, war es? Klothras Ich weiß, dass es zu gut schmeckt ist Nicht zu weit, Herr Wichter Okay, ja Du hast das richtige Platz Aber, wo ist die Leifflicker sie selbst? Anders, wo doch sie vertraut mir Sie hätte nicht das Platz herausgeführt, sonst Was macht dich einer der rarer Brede, die sie vertraut Hier ist die Schlüssel Die anderen sind unter Und Sie haben schlechte Nachrichten Ich habe ja auch schon den Haft umgebracht 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 Zeig mal her, was hast denn du hier geile Oh, Panzerhandschuhe des Kriegsmeisters Deine Ziele sind bei Rettungswürfen gegen deine Manöver und Waffenaktionen im Nachteil Moment, was hast denn du? Nahkampf, Angriffswürfe im Vorteil, wenn er von zwei oder Magilen umzingelt ist Auch ziemlich geil Aber hier sind einfach alle Gegner im Nachteil Und über Rettungswürfen Ist das Runde des Berserkers Du erhältst einen Bonus von plus zwei auf Angriffswürfe Wenn du Kreaturen angreifst, die bereits Schaden erlitten haben Waffenlose Angriffe und Nahkampfangriffe wirken zwischen zwei Neukonischen Schaden Und lange deine Gesundheit nicht vollständig ist Wenn du in diesem Zug keinen Schaden bewirkt, leidest du am Ende des Zuges eins bis vier Neukonischen Schaden Waffenlos angriffe und dann kann man bewirken zwischen zwei Neukonischen Schaden Und lange deine Gesundheit nicht vollständig ist Wenn du in diesem Zug keinen Schaden bewirkt, leidest du am Ende deines Zuges eins bis vier Neukonischen Schaden Hier gibt es dann wieder einen schlechteren Bogen Pestbringer Äh, ja, also was hast denn du hier noch? Du bist im Umgang mit Langbogen, Kurzpunkt üben, deine Nachkampfangwürfe und zwei zusätzlichen Schaden Finde ich auch nicht so blöd Das Angreifen plus eins ist halt noch extra drauf, ne? Hier ist Rettungswürfe drauf Aber dafür bin ich im Vorteil, wenn ich in Unterzahl kämpfe, das ist auch ziemlich geil Ähm, verlangen zu Beginn des Zuges des Trägers wird der Umhang aktiviert Und Gegner sind bei Angriffswürfen auf den Träger im Nachteil Dies effekt halt an, bis der Träger Schaden erleitet Schienenpanserung plus zwei Schwere Rüstung Ist das nicht das, was du trägst? Ja Plus eins auf Stärkungwürfe, Nachteil bei Heimlichkeitswürfen Genau das, genau das, was du trägst 17 mittlere Rüstung Ich meine, du hast eine mittlere Rüstung, oder mit 16 Das ist besser als der Adamant-Schuppen-Panzer Was eine Plattenrüstung plus zwei ist Jeder, der den Schaden mit eins verringert Wenn du den Nachteil einfach trifft, taumel der Angreifer zwei Züge lang Schützt den Träger vor kritischen Treffen Das dürfen wir aber nicht unterschätzen dabei Auch wenn wir hier nochmal eins besser wären Dürfen wir nicht unterschätzen Selten Kleidung Wenn du geduldige Verteidigung verwendest, kannst du auch den Effekt von Klingbahn nutzen Wenn du Windschritt verwendest, ist der nächste Eingangstwürf Vorteil bewirkt von 1 bis 8 Energieschaden Echte, schwere, Moment, ich habe leichte Rüstung Du leihst zwei wenige Wuchtschaden Du leihst ein wenige Wuchtschaden, du leihst ein bonus 0,1 auf deine Initiative-Würfe Ha, und ich habe eine bessere Rüstung Muss ich dann wohl doch noch einfärben Auch wenn ich jetzt gerade meine Klamotte geändert habe Mittlere Panzer, Brustpanzer, plus 2 Leichte Rüstung, 13 Heimlichkeitswürfe Fellrüstung Handschuhe Öffentlichkeitswürfe Öffentlichkeitswürfe Kälteschaden Du kannst Eismesser wirken Bordeschapfer zur Verfügung, erhältst du eine weitere Anwendung Ich glaube das habe ich noch nie benutzt, also ich glaube das funktioniert bei mir nicht mal richtig Gib mal her Schwerere Rüstungsklasse ist natürlich Quatsch, aber du kannst schwerere inzwischen nehmen Aber da ist es schlechter Dann immer noch das Höchste Ich glaube die anderen Sachen will ich nicht haben, so wirklich Da nehme ich noch ein paar mit Würde ich sagen Ich kann hier aber noch den Pflege loswerden Noch ein paar Rüstungen Die ich nicht nehmen werde Dunkle Justizia Panzerung Die Schilder Katharix Also Katharix Schild würde ich vielleicht mal behalten Aber das hier macht doch eh nicht viel Lodende Vergeltung Klassenaktion Das ist glaube ich nicht so spannend Um einen zu erhöhen Und angreife, die ich feiern Denkende Vergeltung Das tun lassen Schütze der Absoluten Gib mal die Sachen wieder her Charitenarmbrust 3 bis 8 2 bis 9 Waffenverzauberung plus 1 Leichtarm plus plus 1 Moment Ich würde sagen Ich habe doch Hä Jetzt ist der Vergleich richtig Konkret war der Vergleich irgendwie falsch Einen falschen Charakter verglichen Aber ich glaube Dir können wir mal einiges von unseren Sachen verkaufen Die wir nämlich noch im Lager haben Wir haben ja noch im Lager tonnenweise Müll liegen Den wir eigentlich verkaufen wollen Gib mal her hier Hier so ein plus 1 Ball Das, das Jetzt ist er schon überladen Na gut Dann gehen wir zurück Ich will handeln Ich will handeln Sehr viel Spaß Und mit dem ganzen Kram Und das noch Dankeschön Ich habe noch mehr Freunde Wie ihr Moment Geil Damit Ich fühle mich in den Gefängnissen und wusste ich herauszureden. Entschuldigung, wenn ich einen Mord begangen hätte, wüsste ich wo alle Zeugen töten ich war. Ich hätte ihn vielleicht nicht entlegen sollen. Scheiße. Ja, wir würfeln nochmal eine Inspiration. Oh, eine 20. Ich dachte nur so, was ist denn dabei? Legen wir mal wieder hin. Du bist frei zu gehen. Diesmal. Upsi. Man sollte vielleicht drüber nachdenken, was man damit so macht. Ähm, wir haben immer noch Sachen im Lager. Lauf, Kalach. So, das haben wir hier oben noch. Das wollte ich auch nochmal mitnehmen. Kabel-Sands-Gift, Kabel-Sands-Geschenk. Die wollten wir alle aufheben. Korrosiver Pflege, Klinge. Sieben bis 17. Zwei-Handschwert. Machen wir auch nicht mehr. Ach du Scheibengelässer. Da war ja noch was. Da war ja noch einiges. Ich mag er mich jetzt nicht mehr. Weil ich mich daneben benommen habe und mir Leiche in den Laden gelegt habe. Ich würde nicht gebrauchen, falls du ein Juni kaufen kannst. Ist ihm anscheinend egal. Ist ihm anscheinend egal. Das ist ein Freude. Das ist ein Freude. Im Lager. Wir machen jetzt alles leer. Wir holen das alles mal da raus. Ich weiß, das ist völlig doof. Aber... Alles rausholen. So, Zieloption. Typ. So. Speer. Speer braucht man nicht. Bei der 20 wiegt kann ich das gar nicht mitnehmen. Nice. Muss ich auch nicht weit laufen. Ich will nur direkt reden und verkaufen. Obwohl du ein Juni bist. Dann kann er wartet, bis das ganze Haus geht. So. Ein Freude. Zum Lager. Ich vielleicht doch mal eben kurz ein bisschen bestichen, damit ich ihm sympathischer bin. Damit ich ihm ein bisschen mehr Kohle da raus hole. Aber jetzt ist es auch zu spät. Jetzt ist es auch wurscht. Ich will... Unless du meinst. Dann kann er das Ganze suchen. Das Ganze wird dann nicht möglich. $170,000 geklärt. $170,000. $170,000 geklärt. $170,000. Wird dann nicht mehr loswerden. Der hat nur noch 29 Gold. Ehhhhh. Nice. Ein Freude. Mal sehen, was das ist. Da geht es runter. Hier geht es hoch. Wo bin ich denn hier oben jetzt? Ne, ich wollte es gar nicht bewegen. So, kein Problem mit Raphael. Ich will nicht ihm die Satisfaktion geben. Genau. Danke für diesen Weg stehen. Scheinungen benutzen, dann ordnen wir ins Haus. Ein kriminelles Akt ist being investigated. Du möchtest erklären, die Ausstellung von deinem Involvement. Ähm. Ich ermittle wegen derselben Verbrechen. Überlass den Fall ruhig mir. Wir haben ja fünf gewürfen oder sowas, ne? Du möchtest haben deinen Weg aus diesem. Hä? Wer denn? Wo denn? Was denn? Ich habe doch hier überhaupt nichts gemacht. Alchemie und Tränkenladen. Hallo. So. Stopp. Inhale through the nose. Hold. Exhale slowly through the mouth. Now you've just sampled some of Baldur's Gate's finest incense. Delicious, no? Ich kann es fast riechen. Ähm. Ich habe schon Besseres gekochen. Ich dachte schon, jemand hätte rote Dreck verbrannt. Sind wir mal nett. Ist ein Händler. Wir wollen ja, dass es ihm gut geht. Ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz davon. Das Holzpaneling kostet ein Glück, aber es ist so wertvoll, weil es die Atmosphäre gibt. Hm. Töne und Töne. Nur sicher, dass du das Label lernst, bevor du kaltest. Hm? Der Label. Elixier der Kampfmagier macht. Jede Menge. Als Betrachter ihres. Oh, die. Öl der Präzision. Okay, das ist komplett irrelevant für mich. Also, andersrum. Es interessiert mich nicht. War das Kriminell jetzt, dass ich die Tür geöffnet habe vorhin? War ich das richtig? Hier geht's raus. Anscheinend war das Kriminell, dass ich die Tür geöffnet habe. Mal gucken, was wir hier für ein Schloss knacken können. 31 ist es einfach. Es ist einfach unfassbar. Es ist besser auf meinem Weg. Hm. Hm. Ich glaube, ich habe den Typen gefunden. Kondensiere und Schmelztiegel. Wo er seine Sachen herstellt. Gut. Upsi. Da ist wohl was verschwunden von dir. Muss wohl im Laden bleiben, ne? Abgrundkriecher. Veridianische Kristall. Ich soll irgendwie Sachen aus deinem Vorrat verschwunden. Das ist aber traurig. Ganz, ganz schrecklich. Ich habe keine Ahnung, wie das nur passieren konnte. Alles weg. Wirklich alles, was Wert hatte. Ach, Mensch, ey. Ach, Mensch, ey. Das ist aber auch blöd gelaufen. Das ist aber auch blöd gelaufen. Alles weg. Hallo, Hafner Boys. Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid... Ihr seid sehr scharfsinnig. Ich... Ich... Ich habe mir gedacht, die hohe Halper hinter Salonis Tränen zu grünen zu grünen. Das ist verwirrt. Geraldos Gedanken erkunden. Das war nur der Anfang. Ihr habt Informationen. Und ihr seid... Ich habe ihr Gesicht genommen. Aber sie stirbt, bevor ich ihren Namen bekommen konnte. Ich frage mich, was Orin mit deinem Gesicht zu machen will. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Au. Hätte ich vielleicht Masha Hero mitgenommen. Bin ich ehrlich. Hätte ich Masha Hero mitgenommen. Sie hätte vielleicht direkt erkannt, dass wir hier in den Hinterhalt laufen. Da explodieren Haufen Dinge. Was? Kritt. Verdammt ein Doppelgänger, ey. Aua? Komm ein bisschen. Sinn. Er ist schon glücklich, ne? Deswegen kann ich es nicht mehr machen, oder? Was? Ach, was eine Bonusaktion ist. Nicht genug Bewegungsrate. 60. Nicht genug Bewegungsrate. Hm. Versuchen wir mal den. Donnerwurge. Tschüss. Nice. Zwei Leute weggekickt. Das ist das Problem. Wenn man so weit oben steht, kann man tiefer... Es ist nicht grad schon... Ach nee, ich hab den schon gekillt, ne? Den du gemacht hast. Hopps. Jungen Dach. Es wäre schade, wenn wir bluten. Oh ja, in der ist, ob der wegrennen darf. Leckendes Geschoss. Verkackt. Dann gehen wir. Dann gehen wir von hier. Bats. Lorenz Doppelgänger? Doppelgänger. Wie viele hat sie zu Balsami gebracht? Hier sind ein paar Dinge kaputt, ey. Noch mehr Doppelgänger. Holy shit. Tötungsbefehl. Wir hätten Haarfen und Gesichter nicht mehr lange tragen müssen. Ori hat ein Befehl erteilt. Tötet die Alte. Er berichtet ihr vorher, wie ihre kleinen Soldaten gestorben sind. Gebt ein bisschen Haare oder eine Sehne auf, wenn möglich. Wie ich die auserwählen möchte, eine Haarfe bespannen. Das ist ja unangenehm. Danke. Denk mir noch nicht. Woher weiß ich, dass ihr nicht auch ein Doppelgänger seid? Was soll der Unsemitzellung des Tränen? Du hast ein Doppelgänger. Doppelgänger. Impostoren. Dinge wie sie. Du bist... Du bist derjenige, den ich Haarfen von Jaheira sende. Ja, aber offensichtlich hat's nicht gegen Doppelgänger geholfen, ihr Vollidioten. Doppelgänger. 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 Das war der Auserwählte. wer ist dieser schon mal was wünschte hier von ihm ok und jetzt haust du ab toller hafner na super was er fast langen bogen dabei eine truhe nehm ich mit wie sonst könnte man hier außen runter warum aber sollte man da außen runter weil irgendwie hier auf dem schiff kommt da war ich auf jeden fall schon spannend was auch immer sie mit dem rusher mal gemacht haben sie wollen nicht dass er gefunden wird ich nehme das mal alles mit das hier vergammelt ja nur wenn ich das hier lasse das essen hier ist ja jetzt niemand mehr hier ist ja jetzt niemand mehr der das irgendwie noch verwenden könnte deswegen lieber bei uns und die sachen entsprechend gut verstauen vorratspaket können wir auch noch mitnehmen ich glaube ich habe nicht einmal ein vorratspaket bis jetzt gefudert wenn ich mich nicht irre also wir wollten hier sowieso moment moment so neueste wir wollten nämlich klamotten wechseln leichte rüstung für 14 jetzt habe ich natürlich wieder meine schöne einfärbung die ich gerade gemacht habe ist das ist natürlich wieder direkt hinfällig maaa hmmm 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 achso moment ich wollte ich das nicht sind wir die eingesteckt ich nicht gerade ach so war das wieder im moment 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 das ist in dem komischen reisegepäck hier deswegen ist das nicht erst neu markiert das habe ich gesucht ok hier sind alle abgehauen jetzt hüftige sandalen was brauche ich nicht plattenpanzerung also wir sollten mal die ganzen level ups machen natürlich damit sind wir auf der level 10 ne tadaaa unterklassenmerkmale gedankenschutz psycheresistent ein uraltes wesen beschützt dein gehirn du bist gegen psychischen schaden resistent schützt schätzt keine angriffe auf deinen geist wenn du psychischer schaden erleidest erleidet dein angreifer denselben schaden holy shit wir lernen noch einen zaubertrick gift versprühen einfach illusion knochenkälte gift versprühen und wir lernen noch einen zauber monster festhalten warum nicht stufe 10 klärgerin klassenmerkmale du kannst göttlich eine intervention um deine gottheit um Hilfe anzurufen wird dies einmal gewirkt kann sie nie wieder gewirkt werden what okay das ist wirklich ein einmaliges ding einschüchten auftreten im vorteil licht klingenbannen weil sie auch mal irgendwie da im vorteil sein muss sektenplage massenwunden heilen stufe 4 ja todesschutz mit ihren verbünden aus der betäubung aus der betäubung kann das ziel nicht verlangen und das ziel kann nicht auf magische weise gelähmt oder festgesetzt werden vollständige genesung gutes und böses bannen sind bei einkaufungen gegen dich im nachteil Bindung der ebenen ziele auf einanderwertigen kreatur und verbinde ihr bewusste mit deinem sie folgt dir und kämpft als dein verbündeter 4 bis 40 höre schon gar nicht in der reichweite an machen den bereich schweren gelände und bewirken des wahrnehmungswirf im nachteil sind ansteckung vergifte ein ziel und füge möglicherweise eine krankheit deiner wahl zu bis zur langen rast vollständige genesung schutz vor energie haben wir eigentlich nie benutzt mit totensprech musst du auch nicht vorbereiten weil du hast es ja sowieso im amulett wir haben ja wieder belebe schon mit ihr als klerikerin upsie stufe 10 dieb ne schurke kriegt auch einen neuen zaubertrick einfach illusion ne knochenkälte säurespritzer knochenkälte giftversprühen kriegst noch einen zauber ohne des wahnsinns spiegelbilder ist glaube ich immer noch nützlich und talent da muss ich jetzt sehr aufpassen geschicklichkeit ist schon auf 20 attributverbesserung schauspieler wachsam athlet stärke oder geschicklichkeit erhöhen stürmer waffenangriff und stürmer stoß armbrustexpert defensive du geland denn wenn du geübt bist kannst du eine reaktion einsetzen und den rüstungs 2 zu erhöhen wodurch du wenn kann möglicherweise scheitert zwei waffen kämpfen auch wenn sie nicht leicht sind du erhältst einen bonus auf plus 1 auf den rüstungstasse wenn du in beiden händen die eine nahkampfwaffe führst du kannst nicht mit zwei schweren waffen kämpfen gewerbe erforschen das wäre eine ganz gute option aber wenn wir zwei deutsche haben für pew elementar adept meisterhafte schwere waffen leicht gerüstet magiertöter ein zauberwürger bist du bei jedem rettungswürger dagegen im vorteil und kannst deine reaktion verwenden um sofort den angriff auf den zauberwürger auszuführen meister der kampfkunst erhältst du überlegenheitswürfel nach beenden deiner kurzen raste oder langen raste erhältst du einen verbrauchte überlegenheitswürfel zurück ausgeführt pro ziehst du keine gelegenheitsangriffe das ist glaube ich ziemlich gut dann können wir ran pieks pieks und wieder weg würde ich sagen oder wilder angreifer genau kannst du eine reaktion verwenden um einen waffenangruch diesen gegner auszuführen der verbündete darf dabei nicht das wächtertalent haben der verbündete darf dabei nicht das wächtertalent haben übernehme ich lieber wilder angreifer damit er besser hittet mehr damage macht an average so schufe 10 barbar tierherz aktualisieren tierhaftes aussehen nimm die kräfte eines mächtigen tieres an tieraspekt adler bis dunkelheit bist du 12 meter weit sehen und bist bewahrnehmungswürfel im vorteil der ertrag aber ziel ist verdoppelt und du bist bei stärkewürfel im vorteil und geworfene lagerfreude machen ziele blind krokodil dein wegsrat ist um 3 meter erhöht so lange du auf was bei den oberflächen bestehst auf glitching oberflächen bist du außerdem bei rettungswürfel gegen umgestoßen werden und liegen im vorteil du kannst den aspekt des eichs nutzen um dir und verbündeten in der nähe einen größeren bewegungsrat zu verschaffen wenn du zu beginn deines zuges vergift verängstigt oder bezaubert bist hast du eine chance um 40 prozenten kampfrausch zu geraten ohne eine kampfrauschleitung zu nutzen spurten gewährte temporäre trefferpunkte in höhe des doppelten wertes deiner barbaren stufe das ist ganz schön geil zu diesen stärken modifikate bei angriffswürfen gegen blutende oder vergiftete ziele und bist weißt du ja ein zusätzlicher stärker modifikator bei angriffswürfen gegen blutende oder vergiftete ziele und bist über lebenskunst geübt du bist eine heimlichkeit geübt und kannst der aspekt des wolfs nutzen der aspekt viel fraß wenn ein blutende oder vergiftes tier eingreifst verstimmelst du es außerdem zug lang das ist einfach einfach doppelte trager kapazität das ist echt wenig davon mit tier aspekten habe ich das Gefühl ne die die trefferpunkte für spurten einfach nur für eine bonusaktion noch einen trefferpunkt zu kriegen das ist ziemlich gut glaube ich und das bärenherz da halten wir glaube ich das hört sich sehr sehr awesome an so jetzt haben wir die ganzen sachen gemacht pompe die pompe alles gut für euch immer wieder hoch wir speichern mal wir wurden nämlich hier überfallen Leute so sieht aus wie du hast ein paar Freunde verlassen neben dem Enthar betrifft Zeit ja eventuell wir haben hier noch einen dazu gelegt geh auf wenn der Stilwatch herum mein Bruder und ich werden unsere Kino okay ihr seid ja schon spannend was bei den Mordensammons Curleys ging da unser Hafen haben sich als müdreiche Gestaltwand dann poppt natürlich natürlich sie haben klar dann ich glaube ich habe etwas zu tun bevor die Stilwatch schreien schreien ähh das war alles keine weiteren Fragen mehr ich habe genug zu tun um zu wissen dass ich keine Antworten geht jetzt okay tschüss viel Spaß mit dem Prilgor schreien wir nach oben wo sind wir denn hier gelandet achso hier sind wir bei dem laden es gibt hier aber wirklich keinen ich glaube ich habe das schon ziemlich viel erkundet weil es hier anscheinend noch unterschiedliche Ebenen gibt weil es hier anscheinend noch unterschiedliche Ebenen gibt es gibt es gibt Moment was es gibt es gibt was Ham Cheese Frucht und haben wir jetzt hier noch Quest sie haben das Raphael Ding das ist aber wir wollen deine Sache ja nicht wirklich haben bringen die Briefe zum Postenmeister zurück das können wir gerne noch machen aber der wollte es ja nicht haben und wir haben hier glaube ich ein Haus noch nicht angeguckt und ich glaube wir haben auch hier zum Tempel der offenen Hand Sachen noch nicht gemacht beeindruckend Mordrituale Liste gefunden und suche die Morder was der Morderloge mit einem größeren Plan zu tun hat sie hat uns gebeten diese Neuigkeiten Wachtmasse zu überbringen Panzerhandschuhe de Vella die sie in Tavernen von elfgängiger Unterstadt auffällt ok befreit Ophels wir haben erfahren dass Ophels der Ophelschen Hammer von seinem Ketten im Astral-Problem befreit werden kann Raphael hat diesen Hammer sollten seine luxuose Anwesen in den Höllen aufsuchen das Haus der Hoffnung wir haben Raphaels Vertrag abgelehnt aber der Teufel sagte dass er hier bleiben würde falls wir uns sind ok wir haben in Charest liebkosen Gerüchte gehört Neunfinger Anführer der städtischen Verbrechergilde sieht ihre Territorium von einer neuen Szenengröße bedroht vom Steinfürsten wir sollten zur Gildanlage gehen um mehr zu erfahren das ist dann das Explosive Spielzeug behauptet Material ok gleiche elf sie kann austauschen als den in den Kinder für Kasado gestohlen hat doch sie bot ihm die Chance sich reinzuwaschen geht Junkiekriegerin das ist das gleiche wir sollten mit Leser über unseren weiteren Weg sprechen Oberhafnerin puppt sich an eine Falle von Doppelgängen wir sollten erfahren was Shea als nächstes tun will ok es hört sich alles ein bisschen anders müssen wir im Lager mit Leuten reden bin ich ehrlich und hier war ich noch nicht hallo ok stört euch auch nicht wenn ich hier mal in eure Wachstube reingucke hmm 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 Spannend dann nehm ich doch mal hier was mit wenn nicht das Wurscht ist hmm rustikale Truhe Starion komm her Schloss knacken hm 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 ich schade 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 ja wir haben noch ein paar Diebeswerkzeuge let's try wir haben schon 30er geschafft ja nicht so ja nicht so nicht so ich glaube 12 reicht einfach nicht aber schon wieder 29 das zweite Mal 29 hier hier sieben recht sieben recht sie wahrscheinlich auch nicht ich muss ja so irgendwie 15 oder sowas würfeln oder 20 einfach das geht auch never a dull moment ha 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 ich liebe es Danke für die Ausrüstung, Leute. Braucht ihr ja nicht mehr, ne? Ich nehm die mal kurz noch mit. Wir müssen die dringend verkaufen. Wir brauchen das Gold zur Förderung unserer Sache. Danke für die großzügige Spender. Tschüss. What the fuck? Ähm, ich bin heute da mit kochen, ne? Hast schon Hunger, Loom? Ich geh mal davon aus, dass es auf die Frage ein Ja sein wird. Kann ich gleich machen. Hör mir nicht an, das zu looten. Schon ist gut, das ist 1944, ja. Ja, nun. Das ist trotzdem schon. Ich verschwinde hier. Ich gehe ja schon. Dann mach ich mal essen. Ihr habt's gehört, Leute. Wir müssen, müssen speichern. Und müssen uns ans nächste Mal wohl die Unterstadt von Baldur's Gate angucken. Das ist dann der Plan für die nächste Runde.